So und herzlich willkommen zurück bei Plants vs. Zombies Teil 2. Wir sind nur noch zwei Level vor dem großen Endgegenre weg. Ähm, machen wir das vorletzte Level. So, ah, was haben wir hier? Plane deine Verteidigung, besiege die... Oh nein, nicht wieder so ein Planungslevel. Okay, wir können zumindest mal hier Kuschenlose machen, das ist gut. Dann würde ich sagen, wieder eine starke Laserverteidigung hinten. Die bringt tausend. Ähm, Sylvie in Verbindung mit Drachy. Dann ein Steini zur Abwehr. Den hier noch einmal rein, wir können eh keine Sonne machen. Aber ich hätte gern Ace. Jawohl, wir haben Ace. Und los geht's. Gut. Dann bauen wir... ...ganz hinten eine Laserarmada. Die kann einfach alles schön abräumen. Oh, ich habe dieses Mal auch mehr zur Verfügung, wenn ich das richtig sehe. Äh, noch nicht hier. Ne, Mais machen wir. Und jetzt hätte ich hier gern noch die Drachen drin. Wie viele haben wir noch? Wir können noch drei Drachen aufbauen. Ich glaube, ich jag's so erst mal los. Und wenn das nicht hilft, wir haben auch noch hier ein bisschen was im Petto. Ich glaube, wir brauchen Steini noch. Oh, da kommt halt eine riesen Gruppe hier. So, der erste hat seine Fackel verloren. Der zweite hat die Fackel verloren. Und der dritte hat die Fackel verloren. Okay, es klappt. Die Taktik geht bisher so weit auf. Aber die Zombies kommen halt auch extrem weit nach vorne. So, ich überlege, einen großen Maisangriff zu machen. Oder mich erst mal hier zum Schützen. Ich glaube, ich mache hier erst mal einen Schutz drauf. So, machen wir hier noch mal einen extra. So, dich würde ich hier schon mal einfruschen. Okay, sieht gut aus bisher. Na, kriegen wir den Eimer noch weg. Na, dann machen wir hier noch einen hin. Ach, mischt in der falschen Reihe. So, wie sieht es aus? Ich mache einmal Mais. Und wenn das nichts hilft, mache ich den großen... Na, nee, klappt. Na, da fruschen wir einmal ein. So, komm schon. So, der hat geklappt so weit. Wie sieht es aus? Kommt hier noch mal auch irgendwas Gescheites für mich? Okay, der ist extrem weit vorne. Ich brauche noch mal hier... ...nen Großangriff. So, der rennt weiter. Der wird mir erst mal gefroscht. Oh, das klappt halt überhaupt nicht. Da sollte ich jetzt einen Laserangriff eigentlich haben. Ich muss mal gleich gucken. Ich glaube, das Level machen wir noch mal mit Unterstützung. Also, von der Grundtaktik her sah es ja nicht schlecht aus. So, hier zu oben. So, da oben in der Top-Rane sieht es beschissen aus. Aber wir schaffen es noch. Komm. Ja, den kann er weghauen. Komm, wir haben sie eh schon geschafft. So, die beiden hauen wir auch noch weg. Dann müssen wir da gar nichts großartig machen. Komm, hau ihn weg. Der ist weg. Das war Level 1,24. Wir bekommen die Doppelsonnenblumen. So, erzeuge doppelt so viele Sonnen. Gut. Das war das Level 1,24. Ich schau mal, wie viel wir bekommen haben. Wie, nur 500 Gold? Das war echt. So, und jetzt können wir Dr. Zombos angreifen. Dann danke ich dir vielmals fürs Zuschauen. Ich bin echt gespannt. Und ja, wir sehen uns dann gleich zum Endboss. Level 1,24. Oh, Schrott. Sieht der gut. Okay, also dann bis gleich beim Endboss. Ich bin gespannt. Bis dann. Ciao, ciao.